Harald Lech, herzlich willkommen. Sie haben vor einigen Jahren im Geomagazin gesagt, ich zitiere, wir können das Universum nicht erklären, sondern nur beschreiben und wir wissen nicht, ob unsere Theorien wahr sind. Wir wissen nur, dass sie nicht falsch sind. Was ergibt sich eigentlich denktheoretisch aus so einer Aussage? Dass unsere Wissenschaft ein Programm ist. Also ein Forschungsprogramm ist, das einfach nicht aufhört, sondern wir beantworten Fragen, diese oft und fast immer, wenn es gute Antworten sind, dann induzieren die neue Fragen. Das heißt, das Ganze läuft immer mehr und mehr in Richtung Wahrheit. Das heißt, wir nähern uns der Wahrheit über das Universum, können aber nie wirklich sicher sein, dass wir sie auch haben. Wobei ich jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, konkretiere, weil wir wissen inzwischen viele Dinge schon so genau. Es wäre schon also unglaublich, ein unglaublicher Zufall, wie genau wir uns da irren würden, wenn wir uns irren würden. Der Philosoph Francis Bacon sagt, wir dürfen das Weltall nicht einengen, um es den Grenzen unseres Vorstellungsvermögens anzupassen, wie der Mensch es bisher zu tun, pflegte wahrscheinlich, nicht anders kann. Wir müssen vielmehr unser Wissen ausdehnen, sodass es das Bild des Weltalls zu fassen vermag. Ist die Fähigkeit, also unsere Vorstellung, das Vermögen unserer Vorstellung zu erweitern, so unendlich steigerbar, wie das Universum überhaupt ist? Nein, nein. Also man muss erst mal sagen, unendlich ist ein Begriff, den wir in der Physik, also in einer Realwissenschaft, zwar immer mal wieder finden, aber es taucht, in Wirklichkeit gibt es keine Unendlichkeiten. Mathematisch gibt es Unendlichkeiten, sprachlich mag es die geben, aber in der Wirklichkeit gibt es überhaupt nichts Unendliches, gar nichts. Weder das Universum, von dem wir momentan davon ausgehen, dass es aus einem sehr endlichen, zwar kleinen, aber sehr endlichen Volumen entstanden ist, noch irgendwelche Vorgänge in der Universum dürfen unendlich sein, weil dann würde das Universum explodieren. Das würde bedeuten, an einem Ort gäbe es so viel Energie, dass das Universum zerreißen würde. Deswegen muss man jedem Philosophen sagen, sei vorsichtig mit der Benutzung von Worten, wenn du über die Welt sprichst, weil die Welt ist ganz anders als deine Gedankenwelt. Aber in der Gedankenwelt steckt in dieser Unendlichkeit immer auch die Frage, es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende und wie das Universum in seiner Unendlichkeit gedacht wird, unabhängig jetzt ihrer Erklärung ist, dass wir jedenfalls keine Vorstellung von einem Ende haben. Ist das eine richtige Übersetzung? Ja, wir haben weder eine Vorstellung vom Anfang, abgesehen davon, dass wir uns ihm ein bisschen nähern können, aber irgendwann ist es wie bei allem in der Physik, dann schlägt sozusagen die Auflösung von Materien Energie zu und dann hat man es nur noch mit Energie zu tun und am Ende ist es genauso. Wenn die Materie beginnen sollte, sich dem absoluten Nullpunkt zu nähern, dann gibt es noch so leichte Schwankungen um diesen Nullpunkt herum und das war es. Also wir würden gar nicht mehr feststellen, dass das Ende schon da ist, auch wenn wir schon mittendrin sind, weil immer noch Dinge sich, solange es Gravitationsfelder, also Schwerkraftfelder gibt, solange wird sie sich immer bewegen. Und man muss wirklich aufpassen. Das Universum, durch die Physik beschrieben, durch die Medienarchitektur. Das heißt, was man ja am liebsten hätte, wäre so ein Blick von draußen, sowohl zeitlich von draußen, also dem davor und danach, als natürlich auch dem räumlich. Wo hinein expandiert denn das da? Da muss man immer vorsichtig sein. Das, was wir liefern können aus der Empirie, sind Messwerte. Diese Messwerte haben was damit zu tun, dass wir einen Unterschied feststellen können zwischen Ursache und Wirkung. Und innerhalb dieser Grenzen können wir ziemlich genaue Aussagen über die Welt machen. Und alles, was darüber hinausgeht, vollzieht sich unter völlig anderen Bedingungen. Also metaphysische Hypothesen über das Universum anzustellen, kann man machen. Die sollten aber logisch sauber sein, widerspruchsfrei und, und das ist immer sehr schwierig, also im Sinne von kritisierbar, dass man auch verstehen kann, wovon der eigentlich spricht. Wenn ich dann jedes Mal wieder erstmal ein Lehrbuch für das Vokabular brauche, dann bringt das nichts. In der Physik haben wir ein Vokabular, das von allen, die auf der Weltphysik betreiben, eben verstanden werden kann. Und nur das können wir tatsächlich über das Universum aussagen. Alles andere, was darüber hinausgeht, ist keine Sache mehr. Aber das ist ja das interessante Spannungsfeld, auch in der Geisteswissenschaft oder wenn wir jetzt interdisziplinär uns unterhalten, dass am Ende dann doch der Mensch mit seiner Vorstellungskraft die Welt sieht. Und alles, was Sie jetzt auch formuliert haben, eine Form von Objektivierung, eine Form von einer gewissen Logik, Beweisbarkeit, Stringenz, ist wiederum das Ergebnis dieser Vorstellungskraft. Ich halte diese Diskussion deswegen für so spannend, weil wir ja letztendlich, Sie haben es ja selbst, ich habe es zitiert gesagt, sehr begrenzt in diese Unbegrenztheit hineinschauen und übrigens erst seit wenigen Jahrzehnten durch technische Möglichkeiten so viel weitergekommen sind. Wie viel Überraschendes gibt es eigentlich, wo Sie das Gefühl haben, ich werde jetzt total irritiert, es fängt eigentlich wieder von vorne an. Naja, ich meine gerade in der Kosmologie gibt es ja so zwei dicke Blöcke, die alle mit dem Wort dunkel versehen sind, also dunkle Materie, eine Form von Materie, die sechs bis siebenmal mehr darstellt im Universum, als es leuchtende Materie gibt. Da denkt man sich, also am Anfang denkt man sich, komm, wir werden die Elementarteilchen schon finden. Wir bauen einen großen Beschleuniger und dann finden wir die schon. Inzwischen aber stellt sich heraus, da wo wir bis jetzt gesucht haben, finden wir sie nicht. Also da warten noch einige hochinteressante Überraschungen auf uns. Und das andere ist die sogenannte dunkle Energie, die seit ungefähr 25 Jahren in der Astronomie beobachtet, diskutiert wird und die eben dazu führt, offenbar, dass das Universum beschleunigt expandiert. Also nicht mal, dass es einfach nur expandiert, sondern es wird auch noch schneller und wir haben nicht die leiseste Ahnung, was das eigentlich sein könnte. Wir wissen nur, es muss überall im Universum sein. Also das heißt auch hier jetzt im Studium muss diese dunkle, aber es gibt offenbar andere Kräfte, die wiederum dafür sorgen, dass der Stuhl, dass wir zusammenhalten, dass wir eben nicht beschleunigt auseinanderreisen. Und das sind natürlich riesen Überraschungen. Und vielleicht die größte Überraschung, vor der wir eines Tages stehen werden, ist, wenn wir Indikatoren von Leben auf anderen Planeten um andere Sterne herum finden, die eben möglicherweise ganz anders funktionieren, das Leben ganz anders funktioniert als wir. Das ist ein gutes Stichwort, denn Sie haben mal gesagt, wir sind Kinder der Sterne. Was meinen Sie damit? Naja, also in einem ganz bildlichen Sinne, wir bestehen eben zu 92 Prozent aus dem Staub, den Sterne nach ihren Explosionen ins interstellare Medium, also in den Raum zwischen den Sternen wieder hinausschicken. Also wir bestehen alle chemischen Elemente. Man wird sich erinnern, da gibt es das Periodensystem der Elemente und alles, was schwer ist als Helium, muss in Sternen erbrütet werden. So, also besteht also hier Fluor in den Zähnen, Jod in der Schilddrüse, Eisen im Blut, Phosphor, Adenosin, Triphosphat etc. pp. Alles das ist in Sternen erbrütet worden. Insofern muss eine Galaxie, muss ein Universum auch genau so sein, wie wir es jetzt nämlich sehen, nämlich groß, leer und kalt, damit genügend Zeit vergangen ist, damit in den Milchstraßen genügend schwere Elemente sich verteilen konnten, damit wenigstens an einer Stelle mal ein Stern entsteht, der Felsenplaneten haben kann und das darauf Leben entstanden ist. Das heißt, der berühmte Satz von Stephen Hawking, wir können gar nicht allein sein im Universum, das wäre eine Riesenplatzverschwendung, der ist zwar ganz nett, ist aber falsch, weil er wusste genau, nur dann gibt es uns, wenn das Universum so groß ist, so alt ist und so kalt ist. Lassen Sie mich dann doch nochmal in die Metaphysik gehen, einen Augenblick. Ist das Universum Chaos oder Ordnung? Ist es kausal oder beliebig? Zufällig? Tja, wie viel Zeit haben wir denn? Lassen Sie sich mal gehen, ich unterbreche Sie dann. Herr Friedman, das ist ja eine Wahnsinnsfrage. In der Tat ist es so, nach allem, was wir jetzt sagen wir nach 400 Jahren Astronomie so wissen, es gibt Gesetze in der Natur und diese Gesetze, die finden wir großartigerweise im Universum bestätigt. Giordano Bruno ist im Jahr 1600 verbrannt worden, weil er behauptet hat, die Erde sei kein besonderer Platz, sondern die Gesetze, die wir auf der Erde finden würden, die wären überall im Universum gültig. Aber für uns ist das Credo schlechthin. Wir gehen davon aus, dass es keine Harry Potter-Inseln im Universum gibt, wo irgendwelche ganz andere Naturgesetze sind. Aber unter welchen Bedingungen diese Gesetze wirken, das ist der große ordnende Teil einerseits, aber auf der anderen Seite eben auch der Teil, der die Neuigkeit im Universum möglich macht. Also wenn wir beide uns jetzt mal hier auch als Produkt einer unglaublich langen Evolutionskette sehen, es hätte ja ganz anders kommen können mit uns. Und diese Kontingenz, dass es eben auch ganz anders sein kann, das ist sozusagen der chaotisch, der kreative, fantasievolle Teil und der stabile, also der kosmische, also in dem Sinne von Kosmos, von geordnet, das ist der Gesetzesteil. Diese Wirkung, insofern hat der Kosmos, hat der Kosmos einen chaotischen Anteil und das Chaos ist wohl geordnet. Der Evolutionsbiologe Richard Dawkins sagt, das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht. Nichts außer blinde, erbarmungslose Gleichgültigkeit. Können Sie mit dieser Beschreibung irgendwas anfangen? Nee, nee, überhaupt nicht. Es ist mir völlig schleierhaft, aus welcher Position heraus jemand sowas sagt. Schon der Anfang, den man erwarten würde, wenn, bedeutet ja, dass der gute Herr Dawkins offenbar über einen Katalog von Erwartungshaltungen verfügt, wie ein Universum zu sein hat, das eben keine schöpferischen Impulse hat, von wo auch immer. Also ich weiß auch gar nicht, was das bringen soll, was also jetzt dieses Ausgeliefertsein einer erbarmungslosen Nüchternheit, was das, das hatten wir ja schon mal, Jacques Monod hat das ja auch schon mal vor 50 Jahren veröffentlicht, Zufall und Notwendigkeit, dass wir da irgendwie am Rand eines uninteressanten, einer uninteressanten Milchstraße irgendwo um, aber so ist es nicht. Ich meine, diejenigen, die draußen sind, die mal draußen waren und sich angeschaut haben, was sie da sehen, sind, erstaunlicherweise ist der Blick ins Universum gar nicht so interessant, sondern der Blick zurück ist das, was uns dann auch antreibt. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, was Dawkins damit sagen will. Ich meine... Ich möchte gleich damit auch ausdrücken, dass das Universum ein Ort der völligen Amoralität ist, in der Kategorien, die wir als Menschen uns ersehnen auch, Planbarkeiten, auch moralische Kategorien, er spricht ja von Gut und Böse, dass das alles in diesem Universum nie gedacht, sondern nur eine Erfindung des menschlichen Geistes ist. Aber dann wird es doch gedacht. Ich meine, wir sind doch da. Wir sind doch ein Teil des Universums. Es sei denn, er ist ein radikaler Konstruktivist und glaubt, dass er nur ein Hirn im Glas ist. Also wir sind doch ein Teil des Universums. Und das Bemerkenswerte ist doch dann wirklich, sich mal anzugucken, was muss eigentlich alles passieren, damit es überhaupt zu sowas kommt. Schon unsere Geschichte auf unserem Planeten, jetzt nach viereinhalb Milliarden Jahren, zeigt ja, dass Leben lange Zeit eben nur Einzeller war und so weiter. Da sind solche Gedanken nicht gedacht worden. Aber die Frage ist doch viel mehr, wenn ich wirklich metaphysische Konstruktionen mache, darf ich dann den Menschen aus dieser Metaphysik rauslassen? Also macht der Forscher oder der Philosoph nicht einen riesen Kategorienfehler, wenn er sich selbst sozusagen rausnimmt und sagt, in diesem Universum gibt es keine Ziele? Und was ist denn mit deinen? Was ist denn mit deinen Zwecken? Du hast doch Hoffnung, Visionen, Träume. Ach, die nimmst du raus. Die gehören da gar nicht rein. Das ist doch hochinteressant. Dann lassen Sie uns nochmal ein bisschen in die Naturwissenschaft zurückschauen. Die Erforschung des Universums ist ja, ich darf das sagen, die Königsklasse der Naturwissenschaft. Naturwissenschaftler reden gerne von Beweisen und Tatsachen. Wir sind Philosophen schon ein bisschen nachdenklicher und zurückhaltender. Was ist naturwissenschaftlich aus Ihrer Sicht gesehen eigentlich eine Tatsache oder ein Beweis? Na ja, als kritischer Rationalist, Sir Karl Popper lässt grüßen, würde ich immer sagen, das, was wir tun können, ist immer eine, ist eben kein Beweis. Wir können falsifizieren und diese Falsifikation ist eben über die letzten 400 Jahre in der empirischen Forschung so genau geworden, dass wir, um mal ein richtig perverses Beispiel zu nennen, die Beobachtung von Gravitationswellen auf der Erde verursacht hier bei uns in einem Laserinterferometer von vier Kilometer Seitenlänge eine Längenänderung von einem tausendstel Protonenradius. Ein Proton ist irre klein, aber ausgelöst werden diese Gravitationswellen durch verschmelzende schwarze Löcher in 1,4 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Also hier ist das Allergrößte mit dem Allerkleinsten verbunden. Das heißt, was wir vor allen Dingen in den Naturwissenschaften sehen, ist, dass durch diese Zurückhaltung beim Wahrheitsbegriff haben wir ein Netzwerk an voneinander unabhängigen und sich gegenseitig unterstützenden Aussagen gefunden, dass es nachgerade völlig unmöglich ist, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind. Also wenn ich nur daran denke, dass die Technologie, die jetzt um uns herum ist, die baut auf auf grundlegenden Prinzipien, die wir mal verwendet haben, um herauszufinden, was ist das Endstadium von einem Stern, nämlich Quantenmechanik. Also man muss sich das mal überlegen. Die Neutronensterne und weißen Zwerge, die haben was mit den Geräten zu tun, die um uns herum hier in diesem Studio sind. Das heißt, wir haben eine Verbindung des Allerkleinsten mit dem Allergrößten. Natürlich gibt es Lücken, wir haben schon davon gesprochen. Das ist der eigentliche Punkt an der Sache. Und das ist das, was eben ein Riesenproblem darstellt für eine Geisteswissenschaft, die sich vor allen Dingen durch eine dialektische Situation der These, Antithese zum Beispiel, die dadurch geprägt ist, also durch Interpretationen, da wird eine These aufgestellt, was wir in den Naturwissenschaften sehen, ist eine sehr starke Konvergenz hin zu Standardmodellen. Diese Standardmodelle werden dann durch Anomalien herausgefordert. Aber diese Anomalien sind häufig wirklich von einer so kleinen Wirkung, dass es verdammt schwierig ist, die Standardmodelle heute wegzublasen, so genauso in der Kosmologie. Natürlich verstehen wir vieles nicht, aber die große Linie, die scheint eben in den Naturwissenschaften insgesamt sehr gut zusammenzunehmen. Trotzdem würde ich ganz gerne, weil ich Ihnen jetzt auch zugehört habe, über diese Milliarden Jahre, die Sie gerade formulieren. Wir können das ja auch mit Raum und Zeit noch einmal zusammenfassen, um die Stichworte zu nehmen. Also dieses Nachdenken über das Universum verlangt eine gewisse Vorstellungskraft. Ich gebe ganz offen zu, meine intellektuelle Begrenztheit kann ich hier ruhig outen im Verhältnis zu Ihrer. Ich kann mir noch 600 Kilometer irgendwie räumlich vorstellen. Das ist Frankfurt, Berlin. Ich kann sogar 6000 bis 10.000 Kilometer mittlerweile erfassen, weil ich fliege ab und zu nach Afrika. Ich fliege in den Pazifik und so weiter. Das Universum erstreckt sich über mehrere Milliarden Lichtjahre. Schon da habe ich Probleme. Milliarden und Lichtjahre sowieso und dehnt sich ständig aus. Man muss das ja mal bekennen. Also ich kann das für mich so sagen. Sie schreiben ein Lichtjahr, das sind knapp 9,5 Billionen Kilometer. Genau. Wir haben zwar Zahlen darüber, aber wir haben keine Vergleiche mit unseren räumlichen Vorstellungen. Was bedeutet das für den Menschen in der Vorstellung und im Verstehen, was ja viel wichtiger wird, im Verstehen dessen, was wir diskutieren, was ja die große Existenzfrage ist, wenn ich mir schon in dem Raum, über den wir reden, keine inneren Bilder schaffen kann. Herr Friedmann, das ist eine ganz, ganz schwierig zu beantwortende Frage. Also sowohl im allerkleinsten wie im allergrößten fehlen uns Formen der Anschauung. Also wir sind aber eingestiegen in der Forschung, indem wir versucht haben herauszufinden, was sind die elementarsten Teilchen und haben dabei Eigenschaften kennengelernt durch die Mathematisierung und durch die Messung dieser Mathematisierung, die es uns möglich machen, Technologie in allen möglichen Varianten zu bauen. Die Zukunft wird vor allen Dingen davon abhängig sein, wie wir erkennen, dass diese Manipulation, die wir an der Materie vorgenommen haben, was die eigentlich für uns bedeuten. Und das ist ein Riesenproblem, dass wir technisch und naturwissenschaftlich sehr weit fortgeschritten sind und ethisch praktisch auf dem Standpunkt geblieben sind vor zweieinhalb tausend Jahren. Wir haben unsere Handlungsoptionen fast verunendlicht und unsere Frage der Reflexion, die ist immer noch die gleiche, im Dialog sag mir dein Argument, ich sag dir mein Argument, was ist das Gute, was ist das Schöne, was ist das Wahre, was ist das Richtige, Ethik auf Sicht und so weiter. Was aber eine typisch narzisstische Folgeerscheinung der menschlichen Religion ist. Na klar, aber wir sind eben weit über diese, über diese normalen, wie soll ich sagen, Ökonomie im Sinne von Haushalt, sind wir weit darüber hinausgegangen. Natürlich kann niemand von uns sich mit diesen Zahlen irgendwie so beschäftigen, wie er sich zum Beispiel mit dem Ding beschäftigt, was vor seinen Augen ist, was befasst, angefasst werden kann. Da geht es uns allen gleich, das ist überhaupt keine Beschränktheit, sondern das geht einfach gar nicht. Aber wir sind natürlich schmerzunempfindlicher gegenüber mathematischen Aussagen in den Naturwissenschaften. Das ist unsere Sprache, mit der wir versuchen, der Natur Fragen zu stellen und das Schöne ist ja, es gibt quantitative Antworten von der Natur. Also das ist der einzige Dialogweg, den wir kommunizieren können, der also unabhängig vom Subjekt ist. Aber wenn wir jetzt anfangen, aus der inneren Welt des Menschen zu sprechen, über das Subjekt, wie sieht denn das die Welt? Dann sind wir auf einer ganz anderen Ebene von Empirie, was ja auch ein bisschen verweist darauf, dass empirische Wissenschaften eben nicht alle Erfahrungen in der Welt messen kann. Wir sind selbst das Messinstrument unserer Lebenserfahrung. Was es bedeutet, sie zu sein, wird ganz egal, wie viele Messgeräte ich an sie anlege, werden immer nur sie wissen. Sie sind das Gefäß ihrer Zeitlichkeit, ihrer Hoffnung, Visionen, Träume und so weiter. Das heißt, wir werden immer einen Teil der Welt aus der empirischen Forschung raushalten müssen. Können wir gar nicht anders. Aber so wie wir das bis jetzt gemacht haben, dass wir selbst da, wo wir weit weg sind von unseren tatsächlichen Formen der Anschauung, da sind wir eben unglaublich weit gekommen. Das Fatale ist, dass wir keine Begleitung gehabt haben. Wir haben keine ethische Begleitung gehabt im Sinne von, also ich will es mal andersrum formulieren, Prometheus, da waren wir immer gut. Aber der Epimetheus, der zurückblickende, den haben wir irgendwo stehen lassen. Ich habe mal gesagt, wir sind in den Naturwissenschaften, wenn das ein ICE ist, bei 300 Kilometer ist die Ethik mit einer, wie heißen die guten alten Geräte, wo man noch so pumpen musste auf den Schienen. Wir sind jetzt so bei 1900 und etwas, gleich am Anfang. Es gibt ja noch eine zweite Ebene und ich finde das ganz spannend, was Sie gerade auch ansprechen, das ist die Zeit. Wir haben die Erfahrung der Endlichkeit, wir haben die Erfahrung eines Anfangs und eines Endes, wobei wir das Ende versuchen zu vergrößern, indem wir irgendwie was von Gott und die Unsterblichkeit erzählen. Aber auch das sind ja schmerzhafte Wahrnehmungen, Anfang und Ende. Der Urknall wird oft als, ich zitiere, der Tag ohne gestern bezeichnet. Weil durch den Urknall, wenn man überhaupt will, irgendeine Zeit erschaffen worden ist, irgendwo, wo man sich dranhängen kann. Die Astrophysik kann nichts darüber sagen, was vor dem Urknall war. Wir alle wissen es nicht, aber der Geisteswissenschaftler muss doch fragen, wie soll man sich eine Gegenwart vorstellen ohne Vergangenheit? Es fällt den Leuten leichter anscheinend, in eine Zukunft zu denken, vom Science-Fiction-Buch bis auch zu ihrem Beruf. Aber wie soll man sich eine Gegenwart ohne Vergangenheit denken? Das ist sehr viel schwerer. Wie ist denn die Relation der Zeit im Universum im Verhältnis zu der Begrenztheit? Wenn ich aber jetzt Jahre oder Jahrhunderte wegnehme, dieser Vorstellung, es muss, wenn es ein Jetzt gibt, ein Gestern gegeben haben. Ist das völlig absurd? Nein, nein. Es ist natürlich genau die Frage, die ja schon der gute Aristoteles mit seinem unbewegten Erstbeweger irgendwie versucht hat zu beantworten. Wenn alles eine Ursache hat, dann muss es mal selber eine Ursache gegeben haben, die eben ursachfrei gewesen ist. Das ist ein Denkproblem und der Erfinder der formalen Logik landet gleich am Anfang mit dem infiniten Regress. Das muss ja fürchterlich gewesen sein. Also das wird ohne U so damals gar nicht abgegangen sein. Also was ich damit sagen will, ist natürlich, wir können sprachlich immer wieder diese Fragen stellen, aber wir müssen uns bescheiden und dafür kann ich immer wieder nur plädieren. Wenn wir über menschliche Anschauungsformen sprechen, dann brauchen wir über gewisse Zeiten, über gewisse Phasen des Universums im Grunde gar nicht zu sprechen. Wir beide bestehen zwar aus Elementarteilchen, also aus Up- und Downquarks, aber nie im Leben kann ich Ihnen als Person gerecht werden, wenn ich Sie jetzt nur als eine Menge von irgendwelchen Elementarteilchen. Das heißt, wir haben immer für jede Weltbeschreibung eine bestimmte Ebene, ab der wir überhaupt erst dem Universum zubillen können. Ab jetzt bist du überhaupt erst interessant. Es macht also gar keinen Sinn, sich immer gleich in den Anfang zu bewegen, weil das war so heiß, garantiert so heiß, dass da überhaupt keine Teilchen da waren. Das hat erst lange, relativ lange gedauert, drei Minuten quasi, bis die ersten Atomkerne da waren. Und seitdem ist das Universum im Prinzip genauso, wie wir es sehen. Und die Zeit ist in dem Moment in die Welt gekommen, wo die Gravitation da war. Weil immer dort, wo diese Kraft, diese immer anziehende Kraft da ist, gibt es immer Veränderungen, die nicht mehr zurückführbar ist. Und ich will jetzt nicht auf die Zeit der Uhren von dem Einstein und so weiter hinaus, sondern wirklich der kosmische Zeitpfeil, der ist damals losgeschossen worden und ist seitdem auch nicht mehr gestoppt. Wir Menschen sind jetzt gerade auf dem Weg ins Universum. Das fing vor ein paar Jahrzehnten an. Also nicht der Redewert, wenn man von Milliarden Jahren spricht. Da war erst der Mond, jetzt ist es der Mars. Wir sprachen ja auch solche wunderbaren Sätze, diese Astronauten, kleiner Schritt für alle, aber für die Menschheit ein großer Schritt. Nun sind wir gerade dabei, teilweise da, wo wir leben, die Erde zu zerstören und suchen uns im Universum neue Entfaltungsmöglichkeiten. Sie lachen. Mir geht manchmal durch den Kopf, ob das die modernste Form des Imperialismus ist, den Menschen gemacht haben. Bisher haben wir uns so hier innerhalb der Erde so bewegt, besetzen da Kontinente, die uns eigentlich nichts angehen und spüren, wir brauchen mehr Raum. Wie ist das? Ist das, was wir mit dem Universum betreiben? Neugier? Ist es eine imperialistische Betrachtung? Wir erobern die Welt und erweitern den Weltbegriff? Lernen wir etwas, um in unserer Welt damit besser umzugehen? Wo ist eine völlige Überschätzung auch unserer Möglichkeiten, wenn wir uns vorstellen, in diesem Universum irgendwo doch existieren zu können? Was soll das alles? Das fragt man sich wirklich manchmal. Also ich meine, dass die Amerikaner damals zum Mond geflogen sind, das hatte ja viel mit der Auseinandersetzung, mit dieser Block-Auseinandersetzung zu tun, dann wäre das sonst wahrscheinlich gar nicht passiert. Inzwischen aber ist es natürlich immer schwieriger. Man könnte, ich könnte Ihnen eine Antwort geben, das Wichtigste, was wir überhaupt im Weltall machen können, ist uns dafür zu schützen, dass wir von einem großen Brocken getroffen werden. Also dass uns sowas passiert wie den Dinosauriern vor 65 Millionen Jahren. Wir sind technologisch in der Lage, das erdnahe Weltall so genau zu überprüfen, dass wir früh genug erfahren würden, dass da so ein Brocken kommt, dass wir mit einer Vorlaufzeit von sagen wir mal 70, 80 oder 100 Jahren die entsprechenden Maßnahmen ergreifen könnten, um den Asteroiden aus der Bahn zu ziehen. Ich will nicht auf die Details eingehen, das ist die eine Geschichte. Die andere ist der völlige Wahnsinn, den einige Leute immer wieder propagieren, jetzt zum Mars zu fliegen. Wir sind nicht mal in der Lage, irgendwas zum Mond zu bringen. Da reden die vom Mars. Ich lach mich kaputt. Die Amerikaner haben es in den 60er Jahren geschafft, drei Männer fast 400.000 Kilometer weit zu bringen. Wir bringen momentan drei Rollen Kolopapier mal 300 Kilometer weit und sind dann aber froh, dass diese Rakete dann wieder genauso landet wie bei uns. Ich will gar keinen Namen nennen. Es ist völlig übertriebener Unsinn. Es wird absehbar keine Reise zum Mars geben. Dieser Planet ist unglaublich weit entfernt und alles, was damit zusammenhängt, ist noch völlig im Unklaren in jeder Hinsicht. Das andere ist natürlich der Blick zurück auf die Erde. Das ist eine völlig andere Geschichte, die ja 1968 mit Apollo 8 schon wirklich ganz großartig war. Und ich würde das wirklich als den fotografischen Beginn der ökologischen Bewegung nennen, weil das da festzustellen, wir sitzen alle im gleichen Boot, das war für die drei Astronauten ganz wesentlich. Und in der Tat ist es so, dass heute das Thema Klimawandel ohne diese Satellitenaufklärung überhaupt nicht mehr auszudenken ist. Also wir müssen, um etwas über den gesamten Planeten zu erfahren, müssen wir raus. Also insofern ist bemannte Weltraumfahrt im erdnahen Weltall, das hat ganz eigennützige Gründe, aber es hat keinen Grund auf dem Mars zu fliegen und da irgendwas so. Nur, ich will Ihnen völlig recht geben, die Idee, Asteroiden auszubeuten, das ist der Planke, das ist Goldgräber, ja. Einfach die Limits weiter pushen. Das ist der klassische Amerikaner, Lockruf des Goldes sozusagen. Das tun die Chinesen und die Russen mittlerweile auch gerne. Also da müssen wir jetzt nicht die Amerikaner das Einzige nehmen. Nein, ich meine, das ist Lockruf des Goldes, ja. Aber ich würde ganz gerne jetzt mal, weil Sie das selbst formuliert haben, das Thema Universum als Chance für den Blick auf die Erde, wenn ich sie richtig verstanden habe, nochmal übersetzen. Da fällt mir nur eine Frage auf. Wir haben ja bisher den Blick immer so nach außen. Wir wissen aber, dass viele Wahrheiten für die Erde ganz tief in der Erde sind. Dort, wo auch Grundwasser ist und noch alles tiefer geht. Wir haben wirklich unendliches Geld ausgegeben und Kraft an menschlicher Intelligenz. Warum sind wir so indirekt proportional interessiert, was da in der Erde tief unten ist? Hat das was noch mit solchen Bildern von Teufel und Gott und Hölle und sowas zu tun? Eigentlich ist doch da extrem viel Wissen und Chance drin. Wovor hat man Angst? Es ist einfach verdammt schwer. Ganz einfach. Also die Oberfläche... Also es ist leichter nach oben mit diesen 300 Kilometern als nach unten. Also was ja passiert ist, wir fliegen hoch und haben dort oben Geräte, die elektromagnetische Wellen runterschicken. Da machen wir zum Beispiel Oberflächenexploration. Das ist sogar inzwischen für die Archäologie eine absolute notwendige Methodik geworden. Also Fernaufklärung gewissermaßen mit allem, was wir können. Und wenn Sie aber hier unten stehen und wollen jetzt was wissen, was passiert denn direkt unter meinen Füßen, dann wird es richtig, dann müssen Sie bohren. Und bohren ist anstrengend, also jetzt für das Gerät natürlich. Aber Sie erfahren eben dann tatsächlich mal, wenn Sie es dann wieder hochholen, dann erfahren Sie tatsächlich mal, was da direkt vor Ort ist. Auch die Tiefsee zum Beispiel. Tiefseerforschung haben wir ja in den letzten Jahren auch erst richtig begonnen. Es ist einfach technisch unglaublich schwierig, das zu machen. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, was da unter unseren Füßen in Anführungsstrichen lauert an Chancen und Risiken. Das wird eine ganz wichtige Sache werden. Für Deutschland sind wir ja inzwischen ganz gut, was zum Beispiel den Grundwasserstand betrifft in unserem Land. Da wissen wir, dass es in einigen Bereichen da wirklich schon hochkritisch ist. Was die Bodenschätze betrifft, also wenn ich jetzt mal dran denke, bei diesen Fracking-Firmen, die es überall auf der Welt gibt, die ja jetzt, weil der geringe Ölpreis sie praktisch unwirtschaftlich macht, kann man sich die Frage stellen, machen die alle Löcher dazu? Oder sind die insolvent und lassen dann alles offen? So wie es aussieht, lassen die alle Löcher offen. Das heißt, das, was sie vorher mit hohem Druck da reingepresst haben, kommt jetzt wieder raus und mehr. Das heißt, wir müssen sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir den Planeten da nicht sozusagen zu oft anstechen, weil Stichwort Permafrost, da passiert das auch. Wir haben eine ganze Menge von Geschichten, die sehr, sehr wohl damit zusammenhängen mit dem Erdkörper selber. Und wir fangen gerade erst an, das richtig gut zu explorieren. Also viele Löcher werden ja nicht gestopft und ich würde ganz gerne noch Ihr Stichwort aufgreifen, Universum, aber bei uns auch die Erde und der Umgang mit der Natur. Sie sagen, alle wissenschaftlich aufgeschlossenen Menschen ist längst klar, dass wir uns in eine Menschheit transformieren müssen, die in der Lage ist, die Natur zu respektieren. Wir müssen aus der Umwelt eine Mitwelt machen. Nun sind schon wieder sehr viele Jahre, sehr viele Jahrzehnte, fast Jahrhunderte vergangen, wo das nicht der Fall war. Aber wie macht man das dann? Außer Fridays for Future, Initiativen und, und, und. Naja, es ist natürlich genau im Grunde genommen der Umweltgedanke oder der Begriff der Umwelt hat was damit zu tun, dass man als Akteur auf einer Bühne agiert, wo das, was hinter einem passiert, quasi nur Kulisse ist. Der Mitweltgedanke ist was ganz anderes. Da geht es um sowas wie Mitbewohner. Was passiert denn mit denen, mit denen ich zusammen da bin, wenn ich was tue? Das heißt also, es muss viel, viel mehr darüber nachgedacht werden, wenn Produkte auf die Welt kommen, ja, wie kann ich die in Recyclingkreisläufen einbauen? Es muss quasi sein, wenn du mir nicht sagst, was mit den Produkten passiert, wenn sie nicht mehr benutzt werden, kann ich dich nicht auf den Markt lassen. Und das nicht nur für Produkte irgendwelcher Art, sondern vor allen Dingen auch solchen, wie wir sie hier zum Beispiel in Deutschland oder in Europa produzieren. Wenn du mir nicht sagst, woher du deine Energie bekommst aus erneuerbaren Quellen, kann ich dich nicht auf den Markt lassen. Das heißt, wir werden ganz stark das reglementieren müssen, weil wir die Schäden, die wir an der Natur angerichtet haben, die werden uns jetzt präsentiert. Die Rechnung wird uns jetzt aktuell präsentiert, allen Nationen mehr oder weniger stark. Wir werden uns darum kümmern müssen, dass wir auch mit unseren Mitmenschen nochmal anders umgehen. In Zeiten, wo der Klimawandel so zuschlägt, ist das Thema Klimawandel und Gesundheit, ist ganz wichtig. Ich möchte nicht wissen, welche Langzeitschäden jetzt in Amerika, in Kalifornien, Oregon, im Start Washington entstehen, dadurch, dass die Luftqualität in diesen drei Ländern jetzt seit Wochen katastrophal ist. Feinstaubkonzentrationen, die Jens Bitterfeld hoch fünf sozusagen, tauchen da auf. Das möchte man gar nicht wissen. Und viele andere Dinge, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die Natur uns durch ihre Reaktion, die Mitwelt durch ihre Reaktion uns zwingt, ganz anders zu wirtschaften. Aber wenn diese Reaktionen stattfinden, wir kennen das unter den Stichworten Waldbrände, Sie sagten Luftpollution. Wenn diese Reaktionen stattfinden und Menschen dann reagieren, ist es meist wirklich zwölf, weil das ist dann nur noch eine interessenorientierte Maßnahme, die das Schlimmste zu verhindern versucht. Die menschenverursachten Fragen des Klimawandels werden ja seit Jahrzehnten diskutiert. Sie sind wissenschaftlich belegt. Es gibt politische Erklärungen, sogar Beschlüsse. Und trotzdem gibt es ja viele Menschen, die das kritisch sehen, ein bisschen zur Leugnung, Verschwörungstheoretiker und sagen, dieser Klimawandel, das ist etwas, was da erzählt wird aus Interessengründen. Was mich aber daran interessiert ist, weil das darüber hinausgeht, warum scheinen rationale, wissenschaftliche Ergebnisse nicht auszureichen, um bei Menschen wie zum Beispiel beim Klimawandel zum Umdenken und zwar rechtzeitig zu führen? Also mein Eindruck aus vielen Diskussionen und Vorträgen ist tatsächlich, dass hier mindestens eine, wenn nicht zwei Generationen von Menschen sich in ihrer Lebensleistung extrem kritisiert fühlen. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg, ich rede jetzt mal nur über Europa, ja und vor allen Dingen über Deutschland, Wirtschaftswunderland, also die Schornsteine rauchten und so weiter, das war ein Zeichen, dass alles gut ist. Und jetzt seit ungefähr 1972 mit den Grenzen des Wachstums wurde zum ersten Mal angedeutet, oh, da gibt es ein Problem, da kommen Grenzen. Es kommen auf einmal Grenzen auf uns zu und bis jetzt sind wir, wir sind jetzt in der ersten, in der ersten großen Generation, also die Gold, also diese, diese, ja Mitte der 50er, Anfang der 60er Jahre geboren wurden, die praktisch komplett in diese Wachstumsphilosophie hineingelebt haben und jetzt ihren Kindern beibringen müssen, Freunde, so gut wie es uns geht, wird es euch nicht mehr gehen. Und dazu gehört der Klimawandel mit dazu, wenn wir das richtig aussprechen, ehrlich sind, anständig und ehrlich sind, dann müssen wir unser gesamtes Handeln der letzten 50 Jahre viel kritischer sehen, müssen vor allen Dingen daraus lernen, dass wir eben nicht aus einem unendlichen, ich stimme wieder bei dem Begriff unendlich, einem unendlichen Pool, wo alles drin ist, ob es nun Rohstoffe sind oder Energie, da ist alles drin, wir können uns da beliebig bedienen, sondern wir werden uns sehr, sehr wohl mit allem ziemlich aufmerksam beschäftigen müssen, was heutzutage so nur aus der Steckdose kommt. Ob das das Wasser ist, die Energie ist, wo unsere Nahrungsmittel herkommen, wo wir sie auch hinschicken, all diese Dinge müssen wir uns viel, viel klarer machen. Wir werden viel intensiver in Zukunft leben müssen, als wir das die ganze Zeit tun konnten. Momentan habe ich so das Gefühl, die Gesellschaft kommt gerade aus dem Chill-Mode raus, wo sie sich erstmal so richtig schön gemütlich gemacht hat, wie schön doch alles war. Das Coronavirus teilt uns mit, die Welt ist viel widerspenstiger als wir denken und der Klimawandel, der ist der wahre Elefant in der Küche. Das ist spannend, dass Sie Corona ansprechen, weil ich darüber auch kurz mit Ihnen diskutieren wollte. Die Virologin Karin Mölling sagt, Viren sind der Motor der Evolution. Waren Viren unterschätzt? Ja, klar. Ich meine, alles, was uns irgendwie in unserem alltäglichen Business-as-usual-Szenario stört, wird doch draußen gelassen. Ob es Krankheiten aller Couleur sind, aber auch eigene Schwächen und so weiter. Auch die Schwachen, die Kranken, alles, was uns irgendwie daran hindern können, wird rausgelassen. Und ein Virus, das so funktioniert wie dieses Coronavirus, mit dem wir es zu tun haben, das hatten wir, abgesehen von den Laboratorien natürlich, überhaupt nicht auf dem Schirm. Niemand wollte damit was zu tun haben. Hatten Sie am Anfang des Jahres 2020 gedacht, dass das Jahr 2020 so läuft? Natürlich nicht. Ihr Terminkalender war wahrscheinlich genauso gefüllt wie meiner. Man hatte dieses vor, jenes vor und auf einmal ist alles anders. Keiner hat wirklich auf dem Schirm gehabt, was da kommt, obwohl es Warnungen gab, gerade was diese Zoonosen betrifft, also die von Tieren übertragenen Virusveränderungen und Mutationen. Und in der Tat sind die Viren aufgrund ihrer genialen, fantasievollen Mutationsfähigkeit ein ganz wichtiger Motor. Ein erheblicher Teil unseres Erbguts stammt tatsächlich von Viren, ist früh genug mit eingebaut worden. Und heutzutage werden wir uns immer intensiver damit beschäftigen müssen. Und die nächsten interessanten Fragen sind dann zum Beispiel Pilze. Das wird immer interessanter werden, gerade im Zeichen von erhöhten globalen Temperaturen werden Pilze interessanter werden. Das heißt, wir werden immer mehr und mehr Herausforderungen an uns herantreten lassen müssen, die wir nicht haben wollen. Die Kalifornier, denen die Häuser abgebrannt sind, die haben jetzt erstmal zu tun. Für die ist das Virus, glaube ich, momentan nicht so wichtig. Aber wenn bei uns die Häuser abbrennen, wenn bei uns in Brandenburg oder Niedersachsen, wo die Böden sehr sandig sind und wo eben auch richtig viel Waldbrandgefahr entstehen kann in heißen Sommern, wenn sowas in Deutschland mal auftaucht, dann werden wir sehen, dass alles das, was mit Naturveränderung zu tun hat, weil wir die Natur verändert haben, alles auf uns zurück, also wie ich so schön nach, auf uns zurückfällt. Ich glaube, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann gehe ich auch in innerliche Zeitschleifen, so nach dem Motto, hast du vor 10 Jahren, vor 20 Jahren immer schon diskutiert. Das sind ja Stichworte wie Fluchtbewegungen, das sind Stichworte wie Amazonas-Abbruch, das sind politische, das sind ökonomische, das sind aber auch gesellschaftspolitische Fragen, die da eine Rolle spielen. Und ich will ja nochmal zurückkommen, weil das ja jetzt schon wieder zwei Punkte sind, die mich dazu führen. Also ob das jetzt Fragen des Universums sind, ob das Fragen über Viren sind, ob das Fragen über Natur sich darstellt. Gibt es in der letzten Zeit auch im öffentlichen Raum immer mehr diese Auseinandersetzung zwischen das, was wir Fake News nennen, das, wo die Wissenschaft an sich in Frage gestellt wird. Das Grundgesetz sichert ja die Wissenschaftsfreiheit in Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz, da steht es, Wissenschaftsvorführung und Lehre sind frei. Und trotzdem gibt es immer deutlich sichtbarer ein Konflikt Wissenschaft und Freiheit. Also dass die Menschen sagen, die Wissenschaft schränkt die Freiheit ein mit ihren Erkenntnissen und anders wie gesagt wird, ihr seid zwar Wissenschaftler, aber wir sind frei, euch nicht zu glauben. Was bedeutet das? Ja, das, ach, bester Herr, das ist ein Riesenproblem. Hanna Arendt hat es mal ja formuliert, dass Kontingenz die Bedingung ist für Freiheit. Das heißt, es kann eben auch anders sein. Wir haben in den Naturwissenschaften inzwischen eine ganze Reihe von Erkenntnissen, von denen wir wissen, die können nicht anders sein. Aber wir wissen auch natürlich, die Bedingungen, also ich sprach von den Gesetzen, die Bedingungen, unter denen diese Gesetze funktionieren, die können eben immer wieder aufs Neue sich verändern und wir verändern diese Bedingungen. Das heißt, wir haben Freiheitsräume, aber wir haben keine beliebigen Freiheitsräume. Egal, ob sie jetzt zum Mond fliegen wollen oder nicht, wenn sie nicht schneller werden als 11,4 Kilometer pro Sekunde, dann kommen sie hier nicht weg. Und sie können natürlich toben, wie Rumpelstilzinnen, können sich aufregen. Ich will hier aber jetzt auf den Mond. Ja, es hilft aber nichts. Genauso können sie auch fordern, dass die Sonne eben nicht im Osten aufgeht, sondern im Westen. Das können sie alles machen, es nutzt nur nichts. Das heißt, es gibt einen bestimmten Tatsachenbestand, den Gesellschaft schlicht und ergreifend zur Kenntnis nehmen muss. No matter what, da können wir über Freiheitsbegriffe, aber dann gibt es eben auch den Bestand, worüber wir wo es anfängt, wo wir über Freiheit reden müssen. Das heißt, Wissenschaft hat die Aufgabe, Inventur zu machen. Was ist der Fall? Und wenn sie bei dieser Inventur feststellt, es gibt Dinge, die für uns sehr gefährlich werden können, hat sie die Pflicht, Öffentlichkeit zu informieren. Das ist ganz wichtig, damit klar wird, wenn wir das machen, dann passiert das und so weiter. So, und dann gibt es aber dann die Ebene derjenigen, die entscheiden. Das sind wir und das ist die Gesellschaft als Ganzes, das ist die Politik in ihren Institutionen und so weiter. Das heißt, in dem Moment, wo klar ist, was der Tatsachenbestand ist, fangen wir an, diese Tatsachen zu bewerten. Und diese Bewertungsebene kann jeder von uns teilnehmen. Nur es macht keinen Sinn, den Wissenschaften zu unterstellen, sie hätten da irgendwelche eigenen Interessen, nur weil sie festgestellt haben. Aber es geht nicht mal um Unterstellung, es geht um Folgendes, dass man sagt, übrigens in der Wissenschaft ist das eher etwas, wo ein Erfolg dahinter steckt. Ich habe heute nach bestem Wissen und Gewissen, nach allen wissenschaftlichen Bewusstseins eine Erkenntnis. Die ist beweisbar, die ist nachvollziehbar. Leider muss ich mich drei Tage später melden und sagen, ich habe was übersehen, ein Kollege hat oder eine Kollegin mehr gesehen, ich verändere das. Nun sagen wir in dieser Debattenkultur, in der wir uns befinden, die irren sich auch, tun aber so in dem Moment, wo sie es sagen, als wüssten sie alles. Das wäre ein Fehler. Und damit, so der Diskurs, den wir ja jetzt auch auf Samstags und sonstigen Demonstrationen sehen, maßt sich Wissenschaft etwas an und eigentlich wissen sie auch nicht, um was es geht. Nein, 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 ganz schweres Widerwort. Kein vernünftiger Wissenschaftler würde von Beweisen sprechen. Das habe ich mich vorhin schon gewundert. Niemals würden wir in der Empirie von Beweisen sprechen. Unsere Methodik ist im Gegenteil ganz anders. Wir irren uns empor. Es ist geradezu der Irrtum. Der Irrtum ist unsere Methode. Also, dass wir immer wieder zweifeln ist bei uns kein Gemütszustand, sondern ist Methodik. Nämlich zweifeln wir, wir testen. Das heißt, eine Hypothese muss an der Erfahrung scheitern können. Und die Erfahrung ist der eigentliche Gerichtshof, nämlich das Experiment und die Beobachtung. Und so sind wir im Laufe der Zeit eben, gerade was den Aufbau der Materie betrifft, den Kosmos, das kann man sozusagen zur Seite stellen, da sind wir richtig, richtig gut dabei. Aber bei komplexen Systemen, die eben sehr anfällig sind oder sehr empfindlich sind gegenüber den Änderungen von den mir bereits schon so oft angesprochenen Bedingungen, da wird es schwierig, Prognosen zu machen. Aber man kann immerhin, also Klimaszenarien sind inzwischen, man kann nur sagen, selbst die pessimistischsten Klimaszenarien der Nullerjahre waren immer noch viel zu optimistisch bei all den Veränderungen, die wir sehen. Die Szenarien jetzt bei dem Covid-19-Problem zum Beispiel sind in der Tat eine Lernkurve. Aber wir müssen natürlich genau mit diesem Irrtum, mit dieser Fehlerkultur umgehen. Wenn Wissenschaft behauptet, das ist so, das ist schlecht. Aber Wissenschaft kann natürlich im Rahmen von statistischen Schwankungen sagen, das ist garantiert so. Da hast du keine großen Möglichkeiten, jetzt zu behaupten, das Virus gibt es überhaupt nicht und so weiter, sondern die Methodik muss klar sein und natürlich auch, sagen wir mal, das Vertrauen in die wissenschaftlichen Institutionen. Wenn wir uns das Universum nochmal anschauen und die verengte Sichtweise von Populisten und wenn wir eben sehen, dass Populisten neben vielem, was sie angreifen, auch primär Wissenschaft angreifen. Was bedeutet das für die Zukunftsfähigkeit des Denkens für den Menschen? Ja, also man sieht ganz deutlich, dass man hier natürlich so einen Splitt bekommt, man kriegt so eine Teilung. Es gibt Gruppen, die ziehen sich quasi systematisch davon zurück und formulieren Dogmen, die, wenn man da als Neuling hinkommt, gibt es, wie eine Kollegin neulich gesagt hat, gibt es Lovebombing, da wird man begrüßt ganz herzlich. Wenn man aber auch nur das kleinste Jota an Kritik übt, gibt es sofort Hatebombing. Also entweder du bist, also bist gegen uns, für uns oder bist gegen uns. Das sieht man ganz deutlich und dem gegenüber steht eine relativ große, indifferente Masse, die sich mehr oder weniger an wissenschaftliche, an die wissenschaftlichen Erkenntnisse hält, aber im Wesentlichen mehr oder weniger, ja, fast passiv dem gegenüber steht. Insofern hoffe ich, dass durch Wissenschaftskommunikation viele Dinge sich einfach noch verbessern lassen. Und diese Gruppen sind kaum noch zu erreichen, aber die, die an der Kante sind, die können wir noch erwischen. Herr Lesch, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. War mir ein Vergnügen. Es war mir auch ein Vergnügen. Dankeschön. Das war toll. Das war richtig toll. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.